okay so machen wir weiter teil 2 genau ich müsste noch schnellen skillpunkt ausgeben ich muss zur dicken bertha ich muss hier noch kaufen ja wasser muss ich auch noch also gut wasser ist für mann ich habe das gar nicht vorhin gelesen das ist ja ich habe auch noch nicht gelesen für was das andere war muss ich zugeben die bertha ist schon cool okay das andere ach ja na gut war fast zu erwarten das andere stellt leben wieder her aber über zehn sekunden ja und das mal dasselbe ja cool da und zehn sekunden ja und genau okay bei mir fängt jetzt schon mit der nächsten quest also gregor deadwood ist der wahre anführer der deadwoods sagte mir hier und er ist der schlauste von den drei der weiß sogar wie man liest kombinieren und er weiß auch wie man jemanden mit einer kampfarzt zerstückelt alles klar ich kann einfrieren ich dachte jetzt aber ich kann auf den schießen okay aber das ist auch flächenschaden ja nicht so schlimm drei sekunden okay wollen wir wollen wir die erste mission noch mal wiederholen auf einer anderen schwierigkeitsstufe also zum antesten meinst du kann ich noch nicht nicht ach pass auf nee ich kann es mir auch nicht da steht nämlich du machst kompliziert ohrer alt mehr okay dann spielen wir es halt einfach mal durch der rutschung holt okay ich warten nachher dann gehen wir mal in dieses der trots für stronghold und wollen wir mal auf so was gibt es jetzt um ja wenn wir es irgendwie schaffen den gregor umzubringen dann sollte der rest auch abhauen bei mir gab es jetzt einen kleinen zwischenfall ich habe bloß was nachgeguckt im fraps und hat sich mein fullscreen verabschiedet geht aber schon wieder geht wieder jetzt werden mir die leute verzeihen okay ich glaube du gehst am besten vor da ist ein fuchs hat die geben wir nicht mal gold da ist was ist ja blut mein item ich habe nichts für den archer ja also irgendwann müssen wir uns dann mal schlau machen ob man da vielleicht tatsächlich ich meine gedruckte vor einiges im inventar wo er macht den schaden was macht denn dein schwert ähm weiß ich gerade gar nicht warte mal kurz ähm meiner zappelt noch am boden ist toll cool bei dir auch noch sieben schaden macht es jetzt zappelt noch einer bei mir zappelt er immer auf dem boden sieben schaden schaden hat dann tatsächlich ein besseres schwert ist er da schon? ne level 4 und da ist was moment ich habe was was ich benutzen kann ich auch schuhe ich muss nur einmal anklicken jetzt sieht es automatisch an ich mache noch die kisten hier auf ich kann jetzt mal schlecht vergleichen weil ich habe ja nichts an ich muss gewinnen da liegt schon wieder was bei mir steht er immer noch das scheint ein bisschen buggy zu sein handschuhe und schuhe handschuhe sind genau die die ich schon habe ganz toll hier geht es hoch geht es hier hoch kann man da hochlaufen nee doch schau mal nee kann man nicht schaden oh da sind ja welche da waren noch golds ganz große leere jawoll leere truhe bei mir war ein neun gold drin boah super crit echt ich habe hier noch einen helm amützler amützler habe ich auch uff schön oh da ist er ja klar kann es drauf gehen ich habe auch super crit ups das war es die sind alle auf einmal kaputt gegangen bitte noch nicht raus würde ich prinzipiell sagen immer wir gehen nicht sofort raus ne ne wir gucken oh da liegt ja noch was ein blauer gegenstand ich habe schulterteile gekriegt habe ich auch bekommen ein stab mit neun schaden und rosten ich habe so ein gedrängt was mir hundert prozent meiner gesundheit und mana auffüllt oh ja steht zumindest da ich halt also geh mal raus ja ich bin fertig ok oh ich bin zweiter ja ich finde es immer so so extremen unterschied hm von gold meine ich ja echt ja dass du 180 plus 60 echt jetzt ich habe nicht ge also auf oh mir ist irgendwas aus der rosentasche gefallen ja ähm du kannst ja wer dolmetschen ich unser held hat es geschafft die deadwood banditen gibt es nicht mehr und die bertha sagt ja dass wir ganz toll sind ah man kann das jetzt halt äh das ist ein gegenstand der nicht äh wie soll ich sagen analysiert ist oder was genau und das macht jetzt für 50 gold das mache ich jetzt natürlich ja klasse die kleinen offer genau also wir haben einen magischen gegenstand gefunden und einen magischen gegenstand muss man genau sich erst einmal wie machst du das denn den typen hier anklicken hier da wo ich stehe aha ok achja das stand ja auch unten ja und jetzt habe ich ok plus 5% nahkampf würde ich mal sagen absorbier das Level 4 sind das Level 1 ja ich soll jetzt zu magnus dem dem schmied der hat waffen und rüstung und die sollen mir super helfen äh leider wurde das letzte mal gesehen als er die Silk Road entlang ging ähm und da gibt es wohl schlimme Geschichten von Monstern oh die da äh jagen und wir sollen vorsichtig sein ach ich habe ja noch Skillpunkt ja ich auch und ich muss mir jetzt mein Item noch anschauen ne Brust cool mit Zusatz Gold Fund passive Aura bringt ja nichts jetzt nämlich nur für Mana ich habe auch Mana echt hast du Mana alle meine Sprüche brauchen Mana von daher freue ich mich da sogar drüber ich habe auch schon ich habe schon meinen ersten Mana Trank genommen ich glaube ich habe hier ich weiß nicht ob das Sinn macht dass ich hier ähm oben und unten Skill also meine zwei ich habe es bis jetzt ja also ich habe hier ich kann jetzt mehr Schaden ne Aura mhm oder eine die Mili Schaden für mich und meine Gruppe reduziert ich würde jetzt da erstmal auf mehr Schaden gehen zack ich nenne das mal die Mana ich habe nämlich hier noch eins das würde mir was bringen was ich nicht übersetzen kann ok ok also deine Aura genau bringt zwei Mana in 10 Sekunden das muss ich mal nachlesen super wenn wir das Wort nicht kennen dann kann man auch nicht wissen was das für Aura ist bringt auf jeden Fall irgendwas das kann ich dir sagen ok also wir haben du hast auch eine Maura gell äh Aura ja genau eine Maura haste ich bin sogar Maura eine Maura haste genau ähm ja cool jetzt haben wir schon mal Auren und dann gehen wir mal auf diese Silk Road und suchen den Schmied also irgen den musst du ja auch suchen ne ja ja und irgendwas bringt mir die Aura wo ich da noch haben könnte bringt mir irgendwas pro Kill ok mit Wahrscheinlichkeit was zu finden ich weiß nicht das Wort nicht verstanden achso ähm also als er ein Junge war noch der sagte Sir Kaleb gerade ist er mit seiner Mutter oft durch den Wald hier gelaufen und die hat ihm von Monstern erzählt die die Menschen ja die so abseits vom Weg waren gegessen haben mhm also wenn der wenn man da so abseits ein bisschen rum gewandert ist kamen die Monster und zack oh was will der denn they ate us they ate us also er sagt sie haben uns gegessen sie haben uns gegessen glaube ich nicht ganz weil dann würde er ja nicht da stehen oh ja das passiert mir ganz ganz oft warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal oh oh Bleib jetzt mal kurz stehen bitte. Ich habe hier jetzt ein Item bekommen, das macht 9 Damage und der alte macht 5. Gut, eine Amo, das wesentlich schlechter ist. Ja. Okay. Deine Aura macht sich bei mir schon bemerkbar. Also jetzt gerade noch so in diesen Bereichen. Füllt es nämlich ganz ordentlich auf. Findest du? Ja. Oh, ich habe hier auch was. Das würde ich vermutlich aber nicht brauchen können, oder? Eine Weste, weil da habe ich jetzt die magische schon. Da geht es jetzt zwei Wege entlang, kann es sein? Ne, da kam der her, wo du gerade hingehst. Ne, ne. Ach, da oben meinst du? Aber da ist nichts, da geht es bloß ins Wasser. Ich dachte nur. Ach so, okay. Helm. Oh, you found a chest. Oh. Die haben... Oh. Open Superior Chest. Also das kostet 50 von diesen blauen Diamanten, das öffnen. Das werde ich definitiv nicht machen. Nicht? Ne, und zwar aus dem Grund, weil ich vermute, die muss man sich für Echtgeld kaufen. Echt fleißig. Ne, ne, ich habe schon 10 bekommen. Ich habe jetzt schon 60. Ja, ja, ich auch. Aber wer weiß, ob das so bleibt. Wir warten lieber, bis wir... Also ich würde das auf höherem Level, ja. Ja, man kann ja jederzeit wieder herkommen, oder? Ja, denke ich auch. Oh, da ist was. Was war das? Was war das? Neue Schuhe. Und ich habe das wieder blöde Schwert gefunden. Ne, die Schuhe haben eine Rüstung mehr als die alten. Und das war es dann schon. Ich habe hier was gefunden. Es ist übrigens echt cool gemacht. Wenn man was Besseres findet, wird es auch direkt angezeigt. Ja, direkt der Pfeil, ne. So, da ist schon wieder was. Aber wieder eine Weste. Genau, hau du schon mal da oben auf. Ah, ich habe nochmal was weiß. Sehr sicherlich. Voila. Ach, hier. Ah, Handschuhe. Besser Handschuhe. Wo haben wir eben, wenn das bald voll... Ja, bei mir fühlt sich es jetzt langsam auch. Da geht es auch noch. Ja. Nur Gold? Ach, da ist nochmal was. Ich... So, ich musste das Gold mal einsacken. Da liegt schon wieder was rum. Ich muss mich da nochmal umskillen. Das ging aber schnell. Ja, ich habe diesen Fulis. Da bringt mir gar nichts. Weil ich kann ja gar nicht so nah hinlaufen. Wenn du da als Tank unterwegs bist. Dann habe ich einen Zauber die ganze Zeit da rumschleppen, den ich eigentlich gar nicht verwenden kann. Oh, da ist sie. Das ging aber flott. Ja. Oh, da liegen drei Items. Und ein magisches. Bei mir war eine Mörder dabei. Da kann man wieder einsprechen. Let's go back to town, sagt er. Ja, das finde ich ganz gut. Aber... Habe ich alles? Müssen wir kurz die Items angucken. Was habe ich nachbekommen? Ja, also ich muss identifizieren eins. Ich habe magisches. Ne, echt? Ja. Ich habe nichts. Also da zeigt es mir jetzt komischerweise aber schon an. Das wäre ein Helm mit 14 Rüstung. Ach, aber der Bonus ist unbekannt. Okay, verstehe. Dann gehe ich auch mal auf Endlevel. Ich bin schon...